Die Frage aller Fragen dieses Jahr, Stormy Flash oder Pretty Heaven? Oder doch alle beide? Wir fangen erstmal an mit der Stormy Flash, 13 Schuss, genauso wie die Pretty Heaven, aber mit Wirbel und Blinkbouquets. Wirbelaufstieg finde ich nochmal sehr geil immer bei Batterien, nur die Blinkerfarben finde ich leider nicht so geil, aber schaut sie euch trotzdem mal jetzt hier an und bildet euch selbst mal eine Meinung. Jetzt gibt es hier noch die Pretty Heaven, ist die ältere Variante von beiden Batterien, wenn man die jetzt mal vergleichen wollte. Mit einem wunderschönen Feuertopf und auch einem schönen Gold-Effekt mit abschweifenden Silbersternen, sag ich mal. Und wie gesagt auch für 11,99 und ebenfalls 13 Schuss. Schaut es euch mal an, viel Spaß. So, jetzt habt ihr beide Batterien gesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Batterie ihr euch nun kaufen werdet an Silvester oder ob ihr euch sogar beide holen werdet. Ich würde sagen, beide Batterien haben ja bestimmtes etwas, vor allem für das Geld für 11,99. 30mm Kaliber und 13 Schuss ist schon geil für einen Discounter. Ich persönlich werde wahrscheinlich alle beide Batterien an Silvester testen, weil sie mir einfach super gefallen und es eine geile Neuheit ist. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Effects. Firework. Wir sehen uns beim nächsten Video.